sind für mich die größten Probleme, die Deutschland aktuell hat. Eine fremdbestimmte Regierung, die nicht mehr zum Wohle des deutschen Volkes handelt. Dass der Staat die im Grundgesetz verankerten Gesetze mit Füßen tritt und da, wo er nichts zu suchen hat, nämlich in unserer Privatsphäre, immer häufiger auftritt und sich einmischt. Ich sage nur folgendes, das große Zähles grüßen. Und wenn ihr ein aktuelles Beispiel wollt, tja, dann schaut euch einfach mal den Hitzeschutzplan von Lauterbach an. In Deutschland zahlen wir mit die höchsten Steuern, aber beim Thema Digitalisierung sind wir unter anderem Schlusslicht. Und dann wäre ja da noch die marode Infrastruktur. Schulen, Krankenhäuser, das komplette Gesundheitssystem ist heruntergekommen. Vetternwirtschaft, Korruption, die ganzen NGOs, die im Hintergrund agieren. Und deshalb geht es aktuell auch nur noch um Themen wie Klimaschutz oder die Ukraine oder aktuell eben um den Pride-Mann von dieser LGBTQ-Community, die ihre Forderungen ausspricht und alle rennen hinterher, so als ob es keine anderen Probleme geben würde. Migration, Masseneinwanderung, sie nennen es Zuflucht von Schutzbedürftigen oder Fachkräftemangel. Und dann wäre da ja noch diese antirussische Haltung, die wir in Deutschland an den Tag legen. Also diese Unterstützung von dem amerikanischen Stellvertreterkrieg in der Ukraine, den wir unter anderem unterstützen mit Waffenlieferungen und Geld, also unserem Steuergeld. Soweit, so gut. Ich glaube, es gibt noch tausend andere Punkte. Die wichtigsten, die ich eventuell vergessen habe, die könnt ihr gerne in den Kommentaren platzieren. Aber jetzt reicht es erstmal. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und für meine Message, die später im Video kommt, sind diese Punkte mehr als ausreichend. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Spricht man diese Themen an, ist man Nazi. Framing läuft, oder? Gesetz dem Motto, Spalte und Herrsche, kämpft die Bevölkerung lieber untereinander, statt gegen die Verursacher, war übrigens schon immer so. Will man in Deutschland da gegen etwas unternehmen, dann kann man seine Stimme abgeben, alle vier Jahre bei einer Bundestagswahl. Und zwar an die Partei, welche die eigenen Interessen am besten vertritt. Und ich kenne diese ganzen Diskussionen, Wahlen bringen doch eh nichts, und du wirfst deinen Wahlzettel in eine Urne, und so weiter und so fort. Eine Lösung wäre, Abschaffung von Parteiensystem und direkte Demokratie. Ist das aktuell realistisch? Nein, und da brauchen wir uns auch nicht in die Tasche zu lügen. Sie haben dieses System perfektioniert. Stellen besetzt von unten nach oben. Also, was können wir tun? Und das ist jetzt meine Meinung. Mach einfach nicht mit bei der Bevormundung. Mach nicht mit bei irrsinnigen Gesetzen. Vernetze dich. Suche Gleichgesinnte. Kläre auf. Bei Wahlen mitmachen und ein Kreuz setzen. Und warum? Tja, in Deutschland gibt es keine Mindestwahlbeteiligung. Soll heißen, wenn ihr jetzt aktuell hingeht und sagt, ich möchte mit diesem ganzen System nichts zu tun haben. Tja, dann stärkt ihr in dem Fall nur die Altparteien. Und warum? Weil die eben auch nur mit 10% Mindestwahlbeteiligung an der Macht bleiben. Und somit weiter regieren können. Das muss euch allen klar sein. Digga, denkt ihr wirklich, dass sich irgendetwas ändern würde, wenn es immer mehr Nichtwähler gibt? Ich glaube nicht. Sie würden weiterhin an der Macht bleiben. Also diejenigen, die all das zu verantworten haben. Die würden dann zwar mit Stimmen kommen wie, oh mein Gott, wir müssen diese Menschen abholen. Wir müssen sie wieder zurückholen, dass sie wählen. Aber insgeheim wäre es ihnen egal. Denn sie sind weiterhin an der Macht. Da es in Deutschland keine Mindestwahlbeteiligung gibt. Dieses Machtgefüge würde nur zusammenbrechen, wenn diese ganzen Nichtwähler, die keine Lust mehr haben auf dieses politische System, zusätzlich auf die Straße gehen würden. Und da bräuchte es Millionen dafür. Quasi eine Revolution. Aber sind wir mal ehrlich? Das wäre so realistisch, als würde ich jetzt sagen, Ricarda Lang ist geeignet für den Posten als Gesundheitsministerin. Nochmal Leute, Aufklärung ist das A und O. Wir müssen sie zwingen, dass sie noch mehr Fehler machen. Wir müssen ihnen den Spiegel vorhalten. Wir müssen zeigen, wie irrsinnig alles ist. Und das machen wir nicht, indem wir sagen, oh mein Gott, ich unterstütze dieses System nicht mehr. Ich halte mich einfach zurück. Ich mache da nicht mehr mit. Für mich ist diese Option Wählen gehen auf jeden Fall tausendmal effektiver, als es eben nicht zu tun. In der Art, ich schmolle jetzt mal. Ich möchte mit diesem politischen System nichts mehr zu tun haben. Und deshalb gebe ich meine Stimme nicht ab. Tja, damit erreicht ihr nur eins, dass die Altparteien eben an der Macht bleiben und dieser Irrsinn weitergeführt wird. Und deswegen, mein Appell, lieber wählen gehen. Ob es dann was bringt, ob die Wahlen was ändern, das sei mal dahingestellt. Aber sind wir mal ehrlich, schlechter kann es nicht mehr werden, oder? Und ja, machen wir mal Real Talk. Wenn heute irgendeine Wahl wäre, ich würde definitiv die AfD wählen. Und warum? Weil sie die Partei ist, die meine Interessen am besten vertritt. Und ich wähle auch die AfD. Und jetzt komme ich auf den Punkt, damit morgen mein Lieblingstürke um die Ecke immer noch da ist und existiert und nicht pleite ist, dass ich dort meinen Döner essen kann. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ja, bei der AfD gibt es Mitglieder, die rechtsextrem sind. Aber wisst ihr was? Diese Randgruppe ist mir vollkommen egal. Und wisst ihr warum? In jeder anderen Partei, vor allem bei den Altparteien, gibt es Mitglieder, die faschistisch sind. Und zwar weitaus mehr als diejenigen bei der AfD. Und das, was ich jetzt sage, darüber sollte wirklich jeder mal nachdenken. Gesetzt im Fall, dass die AfD wirklich an die Macht kommt und dass sie dann nach der Machtübernahme wirklich alle Ausländer rausschmeißen wollen würden, dass quasi wieder Nazis in Deutschland regieren. Nur mal so, also rein hypothetisch. Das sind ja immer diese Punkte von diesen Anti-AfDlern, also diejenigen, die immer mit der Nazi-Keule schwingen. Meine erste These lautet, dass Ausländer, die in Deutschland leben und wählen dürfen, in erster Linie die AfD wählen und nicht Altparteien. Das sind Menschen, die kritisch denken und hinterfragen und die sich nicht so leicht manipulieren und framen lassen von Mainstream-Medien wie Tagesschau etc. Die auch hoffentlich wie immer mehr Deutsche die Probleme in Deutschland erkennen und verstehen, wer der Verursacher dieser Probleme ist. Und jetzt kommen wir wieder auf diese hypothetische Frage zurück. Ja, was wäre denn eigentlich, wenn die AfD jetzt wirklich an die Macht kommen würde und auf einmal würden wir von Nazis regiert werden? Denkt ihr wirklich, dass Menschen wie ich, die auch die AfD wählen, dass die dann zulassen würden, dass man Menschen mit Migrationshintergrund, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, einfach so abschieben könnte? Ich und ganz viele andere Menschen würden alles dafür tun, dass diese Partei wieder komplett vom Tageslicht verschwindet. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Aber soll ich euch was verraten? Das ist gar nicht die Ambition von der AfD. Die AfD sagt, und das ist auch zu 100% meine Überzeugung, dass diese Masseneinwanderung seit 2015 komplett schief gelaufen ist und dass man dagegen etwas tun muss. Zum Beispiel, dass man illegale Migranten oder Migranten, die kriminell aufgefallen sind in letzter Zeit, aus Deutschland wieder abschieben muss. Und da bin ich zu 100% dafür. Aber in der großen Presse heißt es dann, die AfD ist rechtsextrem und ich finde einfach diese ganze Diskussion so lächerlich. Aber wenn man dann ein bisschen hinter die Fassaden blickt und überlegt, warum sie das eigentlich machen, also mit der Nazi-Keule schwingen, tja, dann macht das Ganze schon Sinn. Sie wollen gar keine Diskussion darüber, denn sonst würden sie verlieren. Sie wissen, dass das alles irrsinnig ist. Und deswegen wollen sie dich mundtot machen mit der Nazi-Keule, dass es eben überhaupt keine Diskussion gibt, denn in dieser Diskussion hätten sie hundertprozentig verloren. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Wir haben alle miterlebt, wie man während dem großen Zeh uns ausgegrenzt hat, wie man die Bevölkerung gespalten hat, wie man es geschafft hat, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen, wegen dem Infektionsschutzgesetz. Und ich bin zu hundert Prozent der Überzeugung, dass diejenigen, die mitgemacht haben, definitiv keine AfD-Wähler sind. Deswegen sehe ich die größere Gefahr bei denen, die eben nicht die AfD wählen, weil die viel, viel einfacher manipulierbar sind. Und wohin das führen könnte? Tja, wir hatten schon dunkle Zeiten und wer weiß, was noch so für dunkle Zeiten auf uns zukommen. Also wer das nach 2020 bis 2023 immer noch leugnet, sorry, der tut mir leid. Wir diskutieren 2023 ernsthaft darüber, dass es mehr Geschlechter gibt als Mann und Frau. Indoktrination auf Endlevel. Und wohin das führen kann, will ich mir gar nicht ausmalen. Meiner Meinung nach führt es zu viel größeren Problemen, wenn wir ihre Lösungen übernehmen bezüglich den Themen Klimaschutz oder dem Ukraine-Krieg oder auch Themen wie LGBTQ als zum Beispiel dieser aufgepuschte mediale Rechtsruck von der AfD und was es dann bedeuten würde, wenn die AfD wirklich an der Macht wäre, dass es dann ja so schlimm wäre. Hm, ich glaube eher nicht. Denkt mal drüber nach. Ansonsten, ich bin jetzt raus. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht. Abonniert auch gerne meinen Kanal, pusht mich ein bisschen und wenn ihr schon dabei seid, kommt auch hier vorbei für alternative News. Haut rein. Ich wünsche euch was. Tschüss.